Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 11. Januar 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1147. Heute mit den folgenden Themen 15 Jahre, Revolution, Nullnummern, iMessage und Signal. Ich starte gleich mit den 15 Jahren. Ja, es ist 15 Jahre her. Genau gesagt war es am Sonntag. Soweit. Also das iPhone hat sich da zum 15. Jahrestag zurückblenden können, wenn es dann hätte gewollt oder Apple oder wer auch immer. Zumindest an der Macworld Expo gab es damals noch, parallel zur CES etc., eine eigene Apple-Geschichte, die damals in San Francisco stattgefunden hat. Da zeigte uns Steve Jobs ein neues, ein revolutionäres Gerät, das die ganze Technikwelt auf den Kopf gestellt hat. Denn heute ist nicht mehr alles so, wie es war. Auch dieser Podcast wäre wahrscheinlich nicht ganz so fleissig mitgehört worden, wenn es heute keine Smartphones geben würde. Gut, das ist jetzt mal sehr hochgepokert, aber ich glaube, dass viele von euch unsere Podcast-Episoden via einem Smartphone anhören und einem dazugehörigen Podcatcher oder Spotify oder Deezer oder was es da noch alles so gibt. Was hatte das Original-iPhone nicht? Es hatte keinen App Store, es hatte keine Kopieren- und Einfügenmöglichkeit, es hatte keine Frontkammer, es hatte keine Videoaufnahmemöglichkeit, es hatte kein Blitzlicht, es hatte keine Fotomitteilungsmöglichkeit, also das MMS damals noch, bevor es die ganzen Messenger in der Form, wie wir es heute kennen gab. Es gab kein GPS drauf, man konnte kein eigenes Hintergrundbild setzen, man hatte nur einen Mobilfunkanbieter in den USA, nämlich AT&T, irgendwo habe ich meine AT&T-Karte noch aus meinem Original-iPhone. Es gab kein Siri drauf, es gab kein Touch-ID oder Face-ID, es gab keinen Lightning-Anschluss. Damals hatten wir nämlich noch diesen richtig fetten, breiten, 30-poligen Docking-Anschluss. Ach, das waren noch Zeiten. Immer war früher nicht alles besser, liebe Kinder. Wir hatten noch kein Retina-Display, also man sah noch Pixel auf dem Smartphone, man konnte noch nicht kabellos aufladen und das iPhone war auch noch nicht wasserdicht. Aber es konnte schon einiges und hat die Branche, wie gesagt, revolutioniert und umgebaut. Auch revolutionieren möchte kennen den Druckermarkt. Haha, ich musste gestern schon via Twitter schmunzeln. Denn Canon will in Zukunft, ab Februar genauer gesagt, keine Druckerpatronen mehr mit Chips ausliefern. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, aktuelle Drucker haben so Chips auf dem Druckerpatronen, was zum einen euch ganz schöne neue Möglichkeiten bietet. Zum Beispiel könnt ihr den Füllstand auf den, Anführungszeichen, Millimeter genau sehen und wisst, wenn ihr es leer habt. Und solche Geschichten. Es gibt da mehr Möglichkeiten, mehr Funktionen. Es gibt aber natürlich dem Hersteller auch die Fähigkeit, fremde Patronen auszuschliessen. Und das taten sie auch. Doch dahingehend hatte nicht nur Canon schon eine Klage am Hals. Und jetzt kam sie die Chip-Krise. Und deshalb hat Canon beschlossen, zumindest für Neuseeland und in Australien, keine Chips mehr auf ihren Druckerpatronen auszuliefern, weil man damit eben den Chipmangel umgehen möchte. Nun stellt sich die Frage, und die hat sich via Twitter von eurer Seite ganz fleissig gestellt, wie passiert denn das? Wenn ich das Teil jetzt reinmache, kommt dann die Meldung, dass es eine fremde Patrone ist, eine, die nicht funktioniert. Ich gehe mal stark davon aus, dass euer Drucker dafür dann ein Update benötigt, ein Firmware-Update. Ich bin aber noch mehr gespannt, wie schwer sich viele Menschen, vor allem Jüngere und Ältere, tun werden, mit einem Firmware-Update für einen Drucker aufzuspielen. Kommt das über WLAN, kommt das über einen USB-Stick und wie einfach wird das funktionieren? Ich glaube, da gibt es wieder ganz viel Abfall im Bereich des Technik-Schrotts, weil sich Leute dann einfach für günstig Geld einen neuen Drucker kaufen werden. Es graust mir schon davon. Aber eben, Canon verkauft euch das als Revolution. Kann man machen. Auch nicht heute, sondern gestern hatte der Geek-Doc unser Mutterformat-Geburtstag. Zumindest das Reunion, also der Neustart im Jahre 2011, der am 10.01.2011 online ging, hat sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Denn Geek-Talk selber gibt es ja schon seit 2008, 2009, etwas in die Richtung herum. Irgendwie, glaube ich, wenn ich alles richtig im Kopf habe. Aber ja, herzliche Gratulation an das Format, würde ich doch sagen. Neuigkeiten gibt es auch zu iMessage auf dem iPhone. Hier hat das Wall-Street-Journal ein bisschen was rumgewurzelt und meint, man könnte meinen, es sei Sommerloch irgendwie, die Farbgegung der iMessage nachrichten. Können Jugendliche dazu verleiten, sich unter Druckgefühl zu fühlen, unter Druckgefühl zu fühlen, unter Druck, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dass sie unter Druck stehen, sich auch ein iPhone kaufen zu wollen. Denn für all die Android-Nutzer vielleicht, wenn ihr aus der Message, also aus der Nachrichten-App, ein Message an einen iPhone-Nutzer schickt, ist das blau. Wenn ihr es an einen Nicht-iPhone-Nutzer schickt, ist das grün. Hatte früher den Vorteil, wo man noch für SMS bezahlt hat, und jetzt sind wir wieder beim Original-iPhone, dass man immer gesehen hat, wem schreibe ich und das kostet. Weil iMessage sind kostenlos zwischen iPhone zu iPhone-Nutzer und natürlich auch iPad und Mac etc. Aber man hat gesehen, wo ist kostenlos und wo kommt da Geld auf mich zu, wenn ich das in die Richtung schicke. Hatte also einen historischen Beweggrund. Warum man das heute noch so macht? Ja, es gibt natürlich und leider und vor allem auch in nicht ganz so gut situierten Ländern, wie wir hier wohnen, Verträge, die keine SMS-Inklusive haben. Und somit ist da immer noch das Ganze, die Trennung da. Aber eben, Wall Street Journal will herausgefunden haben, dass Jugendliche, die dann beim Schreiben merken, dass sie grün sind, obwohl, wie wollen die merken, dass sie grün sind, wenn sie an einem iPhone sitzen? Dann geht es ja sowieso. Aber anscheinend soll das eben umgekehrt sein. Wenn Jugendliche, die sich im Café oder sonst wo treffen und dann untereinander sich schreiben, weil sprechen ist ja langweilig, dann sehen, dass man auf dem gegenüberliegenden iPhone grün ist und nicht, ja, ihr wisst, was ich glaube ich meine, völlig verdreht. Man kann auch aus jedem Quatsch ein Bullshit machen oder wie auch immer. Ja, noch zuletzt habe ich Signal und die Kryptointegration. Seit längerem oder seit ein paar Monaten ist es da jetzt möglich, ganz neu jetzt auch für Deutschland und die Schweiz, mit Kryptowährungen untereinander Geld hin und her zu schieben. Also ich kann da zum Beispiel dem Kollegen XY, der Kollegin XY einen gewissen Geldbetrag rüberschieben, wenn wir zum Beispiel zusammen Mittagessen gegangen sind und wir uns die Rechnung geteilt haben. Ja, auf Gut und Ding her, das Ganze ist natürlich verschlüsselt, wie auch Signal selber. Nun hat man aber die grosse Befürchtung und ich habe schon wieder Befürchtung, wir sind in einem Sommerloch mit dem Thema, ja, dass jetzt gewisse Behörden kommen werden und die zu Endverschlüsselung aufweichen möchten mit Hintertörchen und so weiter bei Signal, weil da jetzt natürlich auch böse Menschen böse Überweisungen tätigen könnten, wenn sie es dann tun würden. Aber eben, irgendein EU-Mensch kommt da sicherlich auf die Idee, so ein Psychopath-Politiker meinte ich natürlich, um eben da einen Riegel vorzuschieben. Schaffen sie irgendwie ja wahrscheinlich dann sowieso irgendwo. Naja, nutzt Signal und Co. und schreibt verschlüsselt. Das Gleiche gilt übrigens für Mails. Solltet ihr eigentlich tun. Ich manchmal auch mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Bis bald, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.